oh was haben wir denn hier es ist ja interessant kleine erkundung so hier mit kreiskeletten mal wieder die schießen mich jetzt ab oder sie lassen es einfach drei krieger die nicht wenn ich mit dem boot vorbeifahre aber kann nur lenken wenn man gas gibt cool wollt ihr explodieren doch weiter nede fickt ich fuck fuck you alter ganz ehrlich ich bin so im arsch ich habe alles dabei ich habe alles verloren ich bin tot wie oft ich einfach gestorben bin er hätte ich jetzt nicht provoziert ohne scheiß hätte ich es einfach gelassen wäre der ganze rotz hier nicht passiert ja ihr könnt gehen ihr kriegt mich doch eh nicht ich bin nämlich jetzt gerade verloren und flame mode hier ein bisschen nein ich bin auf ich will meine items zurück mode ich will meine items zurück und hat gemerkt total los aber unter wasser sieht auch schön aus wie der regen einfach mal nicht äh aufhört wie der regen einfach mal überhaupt nicht nervt ja natürlich ein skelett wartet auch schon auf mich sicher fick ich sag ich denn nur ja sicher noch eins genau fick dich doch einfach nur fick dich fick dich doch einfach nur minecraft fuck fuck you ja fick dich fick dich doch alter fick dich doch willst du dich doch verarschen es kann hier parkour laufen gehen ich kann es auch noch super trotzdem fick dich wieviel drecksviecher willst du mir noch auf den hals setzen ich schaff's wahrscheinlich auch noch aber trotzdem ich finde kack drecksmatter was auch immer viel willst du mir noch auf den hals setzen ich krieg die krise ich kann nicht mehr rennen aber wie viel verlier ich denn hier das ist ein grund zum ausrasten junge das ist nicht mehr also es ist echt nicht mehr auszuhalten mit dem scheiß hier man verliert echt zu viel hungers punkte weißt du was echt pussy mode es reicht ich habe keinen bock mehr auf den scheiß weißt du 20 milliarden tausend viecher hier draußen und das auf normal du verlierst viel zu viel scheiße das war vorher echt nicht so es ist echt asozial was sich die entwickler da gemacht haben entweder das ist ein bug oder das ist richtig dumme ernsthaftigkeit boah ich strecke gerade eiskalt den mittelfinger aus ich tue es doch nicht in echt aber ich mache es moralisch oder metaphorisch oder irgend so was aber trotzdem das geht einfach nicht das ist da hat einfach kein ende mehr mit dem scheiß wohin soll der scheiß noch führen also wirklich da kriegt man doch echt einen kollaps hier aber es sind zehn minuten vergangen seitdem ich gesagt habe ich mache eine aufnahme session what the fuck das ist ganz schön wenig zeit und das ist vollmond wahrscheinlich weil deswegen so viel kackviecher hoffentlich finde ich jetzt ja da hinten ist diese scheiße es ist unglaublich wieso passiert mir der scheiß es ist langweilig aber wir haben es geschafft weil die kackviecher alle weg sind sorry aber da muss ich mal den puss im modern machen es geht aber nicht anders wie soll ich das sonst schaffen es geht dich das ist unmöglich Hauptsache wir haben die items gefunden so aber auch wieder im wasser ich hasse es wenn es im wasser ist Hauptsache ich sehe noch was da erzähle ich wieder nichts haben wir von oben ran schwimmen und den bogen einsammeln und den bogen einsammeln wieso habe ich so fucking viele bögen so Hauptsache wir können rennen ach so was haben wir ein schwert eine axt und das war's wo sind meine restlichen items wo sind sie na kann sie mir doch sagen scheißspiel nein das spiel ist nicht scheiße aber das ist gerade im moment total scheiße das ist keine schaufel gewesen ich sehe aber auch gar nichts da unten ist was das war jetzt aber auch keine schaufel oder eine spitzhacke ich kann mich daran erinnern dass die spitzhacke kaputt ist gott wie das aussieht ich weiß nicht ob ihr das gesehen habt aber ich sehe das so wo ist es wo ist der ganze scheiß hin ich sehe ihn einfach nicht wo ist meine fackel ach leck mich ich brauche eine schaufel genau ich bin schon in der luft ja und er gibt mir noch damage hier leck mich das sind so viele nachteile ja ja ich bin in rage mode und in pussy mode es ist mir so scheiß egal was ihr jetzt dazu sagt ich es muss einfach sein ich weiß nicht wie die scheiße ist es kann nicht sein dass meine schaufel einfach weg ist hallo ich habe für die saufel bezahlt wahrscheinlich seht ihr die gerade nächste hier drüben oder so hier behindert habe ich die schon im inventar nein ich habe die nicht im inventar ich sehe da überhaupt keine schaufel oder eine spitzhacke über diese effekte es ist ekelhaft was soll das überhaupt darstellen luftblasen oder was für ein scheiß na da ist er da muss ich aber auch die schau da also alter hallo ich habe doch gerade luft geholt du pisser regt dich nicht auf also das spiel soll sich nicht aufregen tricks spiel so ich werde jetzt noch ein bisschen pussy mode spielen weil ich habe keinen bock mehr auf den scheiß hier auf diese fucking vieh ich meine hallo wie viele viecher sind das denn das ist doch voll übertrieben es geht echt nicht mehr das ist da was ist das hier egal freie sie für alle freie bier äh freie sie ein bisschen weizen bier hier eigentlich sind das ja weizenkörner auch weizenkörner wirklich cool alter jetzt ist wieder übelst am legen hier es kann nicht so lange dauern bis es aufhört zu lecken hauptsache wir haben erstmal 36 fleisch schafe mama da sind schafe ja ja super oh mein gott schafe oh mein gott schafe schafe blumen alles oh mein gott oh mein gott wieso gibt es überhaupt biome wo man nicht spawnt oh ist das geil hier die komplette welt ist einfach geil die welt macht mich geil ich bin grad voll geil ich bin sowieso geil auf alles das ist heftig chillig was ist das eigentlich gras naja ok gehen wir wieder zurück ich hab jetzt genug wolle für so ein kackbett wenn ich mal 20 kilometer weit laufen muss aber so ein stein wie um sieht doch nice aus da hinten muss ich hin oder nein ich muss da hin oh gott ich weiß es schon selbst nicht mehr multiple äh multidamage multiple danis ah multiple danis nein multiple danis multiple danis äh am so intelligent kommen sie kommen sie und gucken sie es an BÄM Junge so macht man das ah nein ich hab Schiff gedrückt nein bleib hier nein alter bitte stehen bleib stehen bleib doch stehen ah weiter geht's ja guck mal ich hab keine Hungerspunkte ey schau dich das mal an ich hab keine Hungerspunkte mehr ey ist das mal geil ich bleib jetzt einfach mal stehen ja sicher jetzt jetzt haut das Boot wieder ab du bleibst stehen bleiben ja toll ich hau heute noch ein paar Videos raus beziehungsweise ich hause raus indem ich ein Special mache ach ein Special oh gott das muss ich auch noch machen alles klar jetzt hab ich irgendwie Bock ein Special zu machen so ein kleines ach komm bleib doch einfach stehen jetzt es reicht warte mal zerteilt sich das ne wenn ich jetzt zersäbe in meinem Schwert sowas mach ich immer gerne alles klar hier 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 Du, 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 Aua. Oh, cool, ein Kürbis. Nice. Super. Toll. Hä, wo bin ich denn? What the fuck? Ich kann den Kürbis nicht aufnehmen. Ich höre Lava. Ist ja auch egal. Ich will wissen, wo ich bin. Scheiße. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Das ist Wasser. Das brauche ich jetzt auch nicht. Ich habe keinen Bock drauf. Will mein Zuhause finden. Ja gut, das Holz haben wir noch. Ne, warte mal. Wir gehen jetzt direkt mal in den Wald ran und gucken auf einen Baum. Baum. Und meine Freunde, die sagen immer, dass ich lispel. Und das stimmt nicht. Und hier ist der Beweis. Baum. Ja, total. Yo. Ich weiß, dass das gestellt ist, dass das bloß ein Scherz ist. Ich meine, Leder kann lispeln. Ich meine, mein Lehrer, der lispelt auch. Also nicht mein echter Klassenlehrer, aber ein Lehrer, den ich kenne. Der lispelt. Lispel. Lispel. Ich bin so aufgedreht wie so ein Stück. Aufgedreht wie so ein fetter Wasserhahn. Der war nicht lustig. Und es laget immer noch. Ja, ich merke, mein PC arbeitet gerade, weil er die Scheiße hier wieder laden muss, weil ich hier ewig nicht mehr war. Genau, ich bin hier die ganze Zeit. Gehe kurz weg. Mal auf einer ganz... Ne, doch, doch, das kann ich verstehen, weil ich die ganze Zeit auf einer anderen Insel war, die noch nicht generiert war. So, ich bin mal wieder hier. Jetzt muss ich jetzt nicht mehr laden. Ich brauche eine neue Kiste. So, Doppelkiste. Anni, Wolle. Wolle, du bleibst da. Zack, zack. Ah, nee, halt, falsches Material. Zack. Bett. Ja, ich brauche Bett. Perfekt. So. Haben wir noch ein bisschen Holz zum Bauen, das reicht eh nicht. Warte, wo sind wir eigentlich jetzt gerade? Das und das. Genau, das muss hier hoch. Genau. Warte, das ist. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Nicht bescheuert. Das wird da, vier. Ah, doch, doch, nee, nee, passt schon, passt schon. Habt nichts falsch gemacht. Zum Glück noch nicht. Was, was, ich hab nichts gesagt. Doch, hast du mein Kind. Ich bin aber nicht dein Kind, Mama. Ich bin nicht deine Mama, Kind. Ich bin nicht dein Kind, Mama. Mama, ich bin nicht dein Kind. Hä, was labert ich da gerade? Nein, nee, halt. Auch ganz offen zu lecken. Hallo, Minecraft. Hallo, beruhig dich mal wieder. Es ist gut. Ich weiß, dass du ein bisschen behindert bist im Kopf, aber das ist jetzt kein Grund, hier total auszutrasten. Trasten, genau. Alles klar, guck mal, das sieht doch schon wunderschön aus. Es ist aber auch nur das Holzbauten bis jetzt. So, ich mach hier schon mal so eine kleine Linie frei noch. Was ist das denn? Nicht verarschen. Cool. Direkt mal unterhüllt. Klasse. Warte, ich geh das mal eben untermauern. Ach, falsches Material, bin ich behindert. Bisschen nicht schön, Mama. Warum sag ich immer Mama, Alter? Hör mal auf damit. Ich muss mich abgewöhnen hier, immer Mama zu sagen. Das ist aber lustig, Mama. Alter, das ist doch unerhört. Und es wird dunkel. Ich glaube, wir machen den Pussy-Mode mal wieder aus. So, ab jetzt mal den Pussy-Mode wieder aus. Und gleich geben auch Pen, damit die Drecks... Entschuldigung, aber ich muss es sagen, Drecksviecher hier nicht mehr herkommen. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Wir freuen uns auf den nächsten Part. Bis dann, tschüss und einen Spaß. Nein, ich bin heute total im Arsch. Aufgedreht. Mini-Stereo-Anlage. Alles klar, jetzt muss ich... Ich sehe gerade, das ist zu komplett falsch. Aber das gefällt mir trotzdem. Das muss so sein. Ich will ja meine eigene Version ein bisschen draus machen. Oh, neues Holz. Aber erst gehen wir schlafen. Während es am Lägen ist. Und ich weiß nicht warum. Ah, komm, es ist Tag schon. Hörst du da? Nein, hörst du es heute nicht. Aber sag mal, kannst du aufhören jetzt? Meine Fresse. Es ist gut. Drecks, Minecraft, ey. Braucht viel zu viel Ram. Ist die ganze Zeit nur noch am Lägen hier. Jetzt ist es unglaublich. Das war's. Ja, das ist doch kein Baum. Ja, das ist doch nicht unzumutbar hier. Achso, das war der andere. Ich bin so doof. Okay, weißt du was, gehen wir jetzt play. Beruhig dich mal wieder. Beruhig dich. Das haben wir ganz ruhig jetzt. Halte einfach mal mit die Fresse. Obwohl du ja nicht let's play bist und das kriegen musst. Naja, ein bisschen tue ich gar nichts. Weißt du mal. Aber ich will. Und deshalb tue ich es auch. Ah, Musik. Wunderbar. So. Hätten wir wieder 31 Holz. Egal. So. Einfach, weil ich es kann. So. Der Hügel muss hier komplett weg. Ich frage mich, wie das dann aussieht. Ich meine meine letzte Schaubild. Ich weiß, ich fange schon wieder damit an. Aber es ist so. Meine letzte Schaubild war es ja so. Da hatte ich dann, habe ich auch abgegrasen. Dann gab es da mal einen Mod, mit dem man Zukunftsreisen machen konnte. Also, man konnte beispielsweise in die Vergangenheit reisen und wurde eine neue Welt generiert, mit der man sehen konnte. Also, so komisch war dann hier zum Beispiel so Dinosaurier waren da. Oder es war eine neue, es war eine Erde. Also, die komische, es war neue Materialien, alles mögliche. Und dann, also es gab alles mögliche Welten. Und dann, also es gab alle möglichen Welten. Und es gab eine einzige Welt. Also es gab eine einzige. Nein, es gab eine Welt. Mit der man sehen konnte, wie die Welt komplett am Anfang aussah. Also, wenn man spawnt. Ich sag jetzt einfach, ich spawne hier. Und dann sieht das so, so aus. So. Und dann würde jetzt im Laufe der ganzen Geschichte der Map hier, würde ich den Hügel da hinten wegmachen. Und würde den hier wegmachen. Und dann sieht das komplett anders aus. Man würde es nicht mehr erkennen, wie es vorher aussah. Und dann macht man sich die neue Welt, wie es vorher aussah. Und dann sieht man, wie es komplett am Anfang aussah. Also das heißt, ich geh hier nochmal hin. Dann ist der Hügel noch da und der da hinten ist noch da. Alles genau so, wie man es gesehen hat. Das war so unvorstellbar krass. Ich war erstmal total erstaunt, wie das ausgesehen hat. Ey. Ohne Witz, das war richtig komisch. So. Habe ich mal wieder das Wort ergriffen? Ich bin ja auch der Einzige, der hier gerade ist. Ist. Mach ich das überhaupt gerade richtig, Anna? Ja, nee. Ist klar. Kannst mich mal. So, das wär's. Fertig. Mit der Frontseite. Ich muss nur überprüfen, ob die jetzt auch stimmt. Ja, stimmt. Nein, halt. Braucht er noch. Muss doch noch hoch. Alles klar. Dann würde ich mal sagen. War's das für heute? Nein. War's nicht. Alles klar. Gucken wir mal hier ganz kurz. Ähm. Der Block. Den ich hier habe. Der Block. Der Block, den ich hier habe. Der muss. Also, wenn ich jetzt hier bin. Dann muss das hier hin. An den Äußeren. Das heißt, wenn ich jetzt hier bin. Okay, ich bin hier. Dann muss das eindeutig da hin. Alles klar. Wie wir raus. Warte. So, zack. Hier kommt Erde hin. Wo ich ein Baufehler auf dem Bild entdeckt. So. Dann. Kommt hier Kies hin. So. Dann kommt hier noch ein Döner hin. Ein Döner. Ich finde das Wort voll geil gerade. Warte. Was? Was? Wo? Lol. Hej. Hej. Oh. What the fuck? Was ist denn jetzt? Lol. Meine komplette Map ist unterhüllt gewesen. Hahahaha. wie geil weißt du warte mir sagt da doch keiner sag ich öfters mal alter es ist ein witz das ist doch scheiße das heißt wenn ich jetzt hier habe und ich weiß echt nicht mehr woher die kommen dann weiß ich muss ich mich einfach nur noch an die höhle hier erinnern super jetzt kann ich hier bauen mit der kacke hier hier kommen koppel hin genau gott gott mit tut alles will hier ich bin wegen verschnupfte wie sich das anhört und hier 123 und dann hier wieder alles klar so werde ich jetzt hat sagt ich möchte nur mal ganz kurz das sieht ja noch ein bisschen dreckig aus die baustelle ja schon wieder viel zu wenig holz aua wieso falle ich überhaupt mal runter er warte mal was ist denn hier eigentlich falsch mir fällt gerade was auf wir hatten doch ein texture pack drin wow krass das sieht gut aus ja ich habe schon wieder genug aufgenommen mir gefällt hier gerade ich muss jetzt echt mal wieder was anderes machen deshalb sehen wir uns in der nächsten folge bis dahin tschüss